I want it all, I want it all, I want it all, I want it all, I want it all. PölTV Sie haben genau richtig eingeschaltet hier bei PölTV zu unserer Top Ten Show und das Motto ist hier Powerbanks. Und jetzt ist ja momentan auch die perfekte Zeit, um mal in den Urlaub zu fahren, aber man möchte vielleicht auch mal Camping machen. Auch da braucht man natürlich eine Powerbank, weil einfach wir Menschen stromabhängig sind, aber vielleicht auch mal zu Hause, damit man nicht immer das Verlängerungskabel braucht. Wir haben also eine ganze Sendung hier für Sie vorbereitet mit richtig coolen Powerbanks, das sage ich Ihnen. Wir fangen direkt an hier mit dem Platz Nummer 10. Und Platz Nummer 10 ist ein 2 in 1 Produkt, finde ich schon mal richtig cool. Wir haben hier eine Powerbank, aber eben auch noch eine Taschenlampe. Ja, es ist genial. Eine Powerbank brauche ich hoffentlich keinem zu erklären. Das ist ein Stromspeicher, den Sie benutzen können, um mobile Geräte oder andere Geräte wieder mit Strom zu versorgen, wenn der Akku von denen mal alle ist. Das hier ist eine Akkutaschenlampe, eine richtig gute Taschenlampe, die richtig hell ist, die hier einen Aluminiumkörper hat, wo Sie dann tatsächlich auch noch hier den Winkel verstellen können. Also auch mal eine größere, noch eine größere Fläche ausleuchten kann. Diana, du sitzt so weit weg. Ich beleuchte dich mal. Hier sieht mein Stuhl hier an. Aber das ist wirklich sehr, sehr hell. Und ich gefällt mir auch, dass du kannst hier auch diese Größe kontrollieren. Ja, manchmal du brauchst so ein bisschen kleinen Pust oder so eine große Fläche. Wir haben hier auch Partyfunktion. Das gefällt mir. Ja, das ist ja wirklich auch so eine Sache, wenn man abends unterwegs ist, dass man einerseits natürlich mit dem Hund zum Beispiel mal einen größeren Bereich ausleuchten will, um alles zu finden, was man dann wegmacht. Ah, du kommst näher. Ich dachte schon, mit uns wäre irgendwas nicht in Ordnung. Ich bin ja alleine. Lonely. Okay, hallo. So, jetzt sitzen wir alle perfekt. Jetzt sitzen wir alle gemütlich beieinander. Sehr, sehr schön. Also das mit dem Fokus ist eine tolle Sache, wenn man mal einen größeren Bereich ausleuchten will, wenn man mit dem Hund mal abends unterwegs ist. Das Coole hier ist halt, dass wir hier hinter dieser Gummilasche auch tatsächlich noch einen USB-Port haben, womit wir dann eben unsere mobilen Geräte wieder neu laden können. Und das ist das Fantastische hier. Das ist diese 2-in-1-Funktion. Hier hinten ist der USB-Stecker und jetzt kann ich hier nämlich mein Handy wieder laden zum Beispiel. Wahnsinn. Ist absolut super. Es sind Schutzengel, wenn man das Handy alle ist. Ja, das stimmt. Also Powerbank, sagen wir so, müssen wir immer dabei haben. Ich glaube, Taschenlampe auch. Das ist, glaube ich, für Auto, für zu Hause, für Handtasche. Immer dabei haben. Das ist wirklich toll. Ja. Sehr, sehr robust, natürlich auch wetterfest. Damit werden Sie viel Freude haben, gerade mit dieser tollen Taschenlampe, die noch dazu und zwar mit 1200 mAh eine Powerbank ist. Moni, du kennst das auch, Powerbanks braucht man immer, ne? Auf jeden Fall. Du machst viel mit dem Handy, ne? Richtig. Ich bin sehr viel am Arbeiten. Ich brauche immer einen vollen Laptop, ein volles Handy oder auch vielleicht ein Tablet. Man ist einfach, wie gesagt, stromabhängig, würde ich sagen. Und hiermit haben Sie wirklich eine super 2-in-1-Lösung, eine wunderbare Taschenlampe. Ich würde schon sagen, richtiger Scheinwerfer. Also die ist wirklich sehr hell und eben hier noch die Powerbank. Und das zum TV-Sonderpreis von nur 10,44 Euro. Kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen, vielleicht auch eine ins Auto zu legen. Mit der NX 1599 und der 569 bestellen Sie hier unseren Platz Nummer 10. Und wir machen auch schon direkt weiter mit unserem Platz Nummer 9. Ja, und mit unserem Platz Nummer 9 versteckt sich auch wieder eine richtig coole Kombination. Ich liebe Qual-TV einfach dafür, dass wir immer so Kombinationen haben. Und hier haben wir ja noch einen Clou, unser Solarpanel. Ja, diese Powerbank lädt sich hier, Sie sehen das, mit einem Solarpanel immer wieder auf. Das heißt, Sie legen sie ganz einfach aufs Armaturenbrett, auf dem Fensterbrett. Die ist immer voll dann. Dazu natürlich noch richtig robust. Ich zeige Ihnen das mal hier. Die kann einiges ab, hier Gummi ummantelt. Diana, wie viele Powerbanks hast du? Ich glaube, ich habe vier oder fünf Stück. Und ich habe ein Auto, ich habe zu Hause, auf der Arbeit, eine habe in meiner Handtasche und ich glaube, in zwei Taschen habe ich eine Sporttasche normale. Ja, und die sind alle leer. Das ist es ja. Man vergisst die zu laden und dann sind die einfach leer. Das ist ein großes Problem, weil ich meine, jetzt ist es natürlich unangenehm, wenn man nicht erreichbar ist oder sowas. Aber es kann ja auch mal zu einem Notfall kommen oder man ist irgendwo, wo man noch Fotos machen will. Ich habe hier mein Handy mal mitgebracht. Mein Handy, wenn es unter 10 Prozent ist, macht keine Fotos mehr. Er sagt, ich bin jetzt im Energiesparmodus. Sieh zu, dass du irgendwie anders Fotos machst. Das macht ja Sinn. Es muss natürlich sicherer sein, erreichbar zu sein, als Fotos zu machen. Aber da braucht man dann eben eine Powerbank. So, wenn man jetzt da irgendwo ist, abends auf einer Party, will noch schöne Bilder machen oder mit Freunden irgendwie essen geht, dann ist das schwierig, wenn man keinen Strom mehr hat. Schauen Sie mal hier. Die können Sie ganz einfach an Ihren Rucksack binden, an Ihre Laptop-Tasche, an Ihren Gürtel, am Fahrrad festmachen. Die lädt sich immer wieder selber auf. Hat übrigens 3000 mAh Kapazität. Das heißt, hier kann man zwei Geräte gleichzeitig, wir haben hier zwei USB-Ports dran, hier einmal laden, würde ich sagen. Ganz, ganz tolles Produkt. Ja, vor allem auch richtig durchdacht hier einfach mit dem Solarpanel, egal ob Sie jetzt einfach zur Arbeit fahren und da immer eine volle Powerbank brauchen oder eben gerade auch im Urlaub. Vielleicht sind Sie auch gerne viel unterwegs, mal eine Fahrradtour machen oder vielleicht auch einfach mal auf der Terrasse draußen sitzen, im Garten und da fehlt dann halt die Steckdose. Aber hiermit haben Sie eine wunderbare Powerbank mit so viel Leistung, mit einer Taschenlampe auch noch inklusive und natürlich hier diesen praktischen Solarpanel. Also das macht wirklich mal Sinn, weil sonst geht es Ihnen so wie Diana und mir auch, dass man die Powerbank einfach in der Schublade liegen lässt und da nützt sie einem ja gar nicht viel. Deshalb am besten direkt bestellen, vielleicht auch eine schöne Geschenkidee zum TV-Sonderpreis hier zu bestellen mit der NX 15 98 und der 569. Und wir machen auch schon direkt weiter mit dem nächsten Platz. Hier ist Ihr Platz Nummer 8. Platz Nummer 8 ist auch wieder ein richtiges Highlight von mir, denn hier haben wir noch mehr Power. Ja, als ich dir die das erste Mal gezeigt habe, warst du total begeistert. Wie viele Powerbanks hast du, Moni? Ich glaube, ich habe drei oder vier, aber die liegen alle in meiner Schublade. Und hast du eins im Auto wahrscheinlich noch? Auch richtig, ja. Und das ist so klasse, weil auch diese Powerbank hier wieder ein Solarpanel hat. Auch diese Powerbank ist wieder für den Außeneinsatz gemacht. Robust, wetterfest, die können Sie tatsächlich mit nach draußen nehmen, vielleicht auch zum Camping. Die lädt sich immer wieder selber auf, also ähnlich wie die, die wir eben hatten, aber mit deutlich größerer Kapazität hier, mit 8000 mAh. Da kannst du jetzt, also du hast, glaube ich, ein iPhone, ne? Das könntest du damit tatsächlich, ich würde sagen, drei, vier Mal wieder aufladen. Perfekt. Ja, und mit dem bist du immer auf der sicheren Seite, hast immer deinen Strom dabei. Ich finde die richtig klasse eben auch, weil die so klein und flach ist. Das ist halt auch neuere Akkutechnologie hier, 8000 mAh ist schon mal eine Hausnummer. Und schauen Sie sich mal den Preis an. Für eine 8000 mAh, das ist die Kapazität hier, Powerbank, zahlst du normalerweise schon 30, 40 Euro. Und hier noch mit diesem Solarpanel, das ist genial, Liane, oder? Das ist wirklich genial. Ich muss sagen, zum Beispiel, das ist auch super für Reisen. Ja. Mit Zug, manchmal fahre ich mit Zug und dann, wir haben eine Steckdose und natürlich jeder will das nutzen. Oder zum Beispiel auch, wenn du fliegst mit dem Flug. Du fliegst jetzt auch, du hast langen Flug und dort auch, wir brauchen ein bisschen Power, ja. Aber das ist wirklich schön robust, dann kannst du natürlich das zum Strand nehmen, ja. Ja. Oder sie können das zum Camping, zum Picknick, das ist wirklich schön, schwarz, klein, sehr leicht. Ja, und natürlich Solarpanel, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, am Strand natürlich, ideal. Wo gibt es mehr Sonne als am Strand? Du fährst auch in die Sonne, ne? Ja. Freust du dich schon? Ich freue mich schon richtig doll, aber ich habe auch... Sie fliegt schon am Mund, da guck mal, sie ist schon nicht da. Moni und Michael fahren in den Urlaub, aber das jetzt nicht gleich, das dauert noch ein paar Tage. Du musst noch ein paar Minuten mit uns hier aushalten. Also hier, Diesel-Power-Bank, ideal für den Außeneinsatz. Natürlich am Strand, da scheint die Sonne, die knallt den ganzen Tag drauf. Damit haben sie immer Strom hier, wenn die voll ist, haben sie 8000 Milliampere Stunden. Zwei Geräte gleichzeitig können sie laden und sie haben natürlich hier auch den Füllstandanzeiger. Also eine ideale Powerbank für unterwegs, hier mit diesem tollen Solarpanel. Ja, und das zum TV-Sonderpreis von nur 27 Euro und 54 Cent. Und bestimmt haben sie auch den ein oder anderen Urlaub vor sich und wollen da einfach auch immer, dass alle Sachen geladen sind. Dann ist das hier eine super Sache, aber natürlich auch im Notfall. Das hat Ingo auch angesprochen, wenn man vielleicht alleine unterwegs sind oder ihre Enkelkinder allein unterwegs sind, zur Schule, von der Schule zurück oder auch vielleicht mal abends. Da ist es wichtig, dass man das Handy natürlich auch wieder aufladen kann und auch viele weitere Geräte. Deshalb am besten direkt hier bestellen mit der PX1858 und der 569. Und jetzt habe ich gerade gehört, dass aus der Schweiz schon ganz viele Kunden zugegriffen haben. Zum Beispiel der Friedrich, da gehen, sagen wir mal ganz liebe Grüße, oder? Grüezi, sagen wir sogar. Grüezi. Das sagt man in der Schweiz. Diese Powerbanks sind wirklich so toll hier. Das alles zum TV-Sonderpreis. Sie können natürlich mehrfach zugreifen bei unsere Top 10 Powerbanks. Ja, und wir machen auch schon direkt weiter mit Ihrem nächsten Platz. Das ist der Platz Nummer 7. Ja, und hinter Platz Nummer 7 versteckt sich auch wieder ein richtiges Kraftpaket. Aber eben auch hier wieder eine 2 in 1 Kombination mit einem wirklich riesen Scheinwerfer dran. Schauen Sie mal, wie klein und flach das ist. Wenn wir den gleich anmachen, das ist ein riesen Scheinwerfer, das ist ein Baustrahler, möchte ich schon fast sagen. Hier sehr, sehr schön in diesem Kupfer-Rosé-Gold-Mantel. Und Diana hat es schon angemacht. Schauen Sie mal, wie hell diese Lampe ist. Bitte nicht reingucken. Bitte nicht reingucken. Ja, im Fernsehen ist, glaube ich, egal. Aber wir sollten auf gar keinen Fall reingucken. Hat ein Standard, dass Sie es eben auch in verschiedenen Winkeln aufstellen können. Sie können die auch aufhängen. Und ganz oben, sehen Sie, ist ein Solarpanel dran. Ich liebe das, dass wir diese 2 in 1 Lösung immer haben. Also nicht nur Powerbank, sondern tatsächlich eben auch, haben wir hier noch diesen riesen Baustrahler. Ich mache den mal an hier. Es ist echt der Hammer, wie stark der ist, dass wir hier eben auf dieser kleinen Fläche, schauen Sie sich das mal an. Hier ist er aus daneben. Auf dieser kleinen Fläche kommt dieser enorme Lichtausstoß. Das ist Wahnsinn. Wirklich, aber für diesen Preis so hell. Wie viele Lumpen haben wir? Wir haben 400 Lumen. Lumen. Das sind 400 Lumen. Lumen. Das ist die Lichtstärke, die hier drin ist. Da können Sie also zig Meter weit strahlen. Und das eben auch auf einem riesengroßen Bereich. Also wirklich, wenn man damit mal im Dunkeln irgendwie Wände streichen will, der Strom muss ausgestellt werden, können Sie damit für ausreichend Beleuchtung sorgen. Und du kannst sogar noch dein Handy dranladen. Wir haben auch hier an der Seite wieder einen kleinen USB-Port. 4000 mAh. Die Lampe alleine leuchtet damit 7 Stunden. Du kennst das auch, diese Baustrahler, die auf Baustellen sind. Das sind immer so große. Die werden auch tierisch heiß immer. Und hier so klein, kompakt wiegt auch wieder nicht viel. Kann man praktisch mitnehmen. Auch wie man möchte aufstellen. Man kann das Solarpanel perfekt zur Sonne hin ausrichten. Das finde ich super clever. Gerade vielleicht auch, wenn man so eine Hobbygarage hat oder so. Und dann auch da einfach mal Strom braucht. Und eben, wie gesagt, auch eine Powerbank. Aber auch im Campingbereich. Abends möchte man natürlich da auch nicht im Dunkeln sitzen. Oder vielleicht auch einfach mal als Nachtlicht dann einen Scheinwerfer anlassen. Also es ist wirklich eine super Sache hier. Das gefällt mir auch optisch von der Farbe sehr gut. Das ist richtig schick. Gold-Rosé. Das sieht auch richtig edel aus. Ja, wirklich. Gold-Rosé. Sehr, sehr schick. Und natürlich, ich glaube, dass wirklich zum Camping auch, wir brauchen immer Licht. Ja. Und zum Beispiel bei unserer Redakteurin, sie hat auch ein Haus gekauft. Und wir waren mit dir dort. Und sie hat auch uns, das Haus war schon immer noch kein Licht. Und sie hat auch mit solcher Lampe etwas gezeigt. War auch sehr, sehr praktisch, oder? Also mir gefällt das auch sehr, sehr schön. Ja, vor allem ist es sehr hochwertig, fühlt sich das auch an. So, gerade mit diesem Solarpanel zusammen. Ja. Und das, was sich eben auch wieder selber lädt. Ganz normal legen sie es irgendwo auf die Fensterbank oder aufs Armaturenbrett. Und dann haben sie Licht und Strom für ihre Mobilgeräte. Ja, und die sieht wirklich richtig schick aus hier mit diesem 3,34 Euro und 24 Cent. Bekommen sie unsere 2 in 1 Powerbank mit Solarpanel und diesem wunderbaren LED-Fluter. Gerade natürlich auch, wenn man vielleicht renoviert und noch keinen Strom hat, was Diana angesprochen hat, finde ich eine super Sache. Da braucht man ja auch Licht, man muss super sehen. Also direkt bestellen den Platz Nummer 7 mit der NX5525 und der 569. Und Platz Nummer 6 ist von mir ein Highlight, deshalb schauen wir uns den direkt an. Hier ist ihr Platz Nummer 6. Und hinter der Platz Nummer 6 versteckt sich natürlich auch wieder eine Powerbank. Aber die kann jetzt noch mehr und hat noch so eine richtig coole Funktion sogar. Das ist die Funktion, die dir gefällt. Ja, richtig. Wir haben hier eine riesengroße Powerbank mit diesmal 20.000 mAh. Gehen nochmal höher in der Leistung. Auch hier haben wir wieder ein Solarpanel. Auch hier wieder ideal für einen Außeneinsatz. Die kann einiges ab. Was wir auch haben, und das ist das, was dir hier gefällt auf der Rückseite, ist die sogenannte G-Funktionalität. Das heißt, hiermit kann man jetzt ein Handy ohne Kabel laden. Einfach drauflegen und es wird geladen. Das ist der Hammer hier. Sehen Sie das? Jetzt wird es hier unten, sieht man es, wird es geladen. Nur durch drauflegen. Man muss keine Kabel mehr irgendwo reinprökeln. Das ist ja auch immer so lästig. Gerade mir als Brillenträger, die Stecker werden immer kleiner. Da, wo man es reinstecken muss, auch noch. Da muss man noch sehen, dass wir es richtig rum reinstecken. Hier ein Ding der Vergangenheit. Natürlich können Sie hier drunter, haben Sie die ganzen Anschlüsse, dass Sie auch ganz normal über USB oder USB-C Ihre Geräte mit Strom versorgen können. Wir haben sogar Power Delivery. Das heißt, hier kommen 15 Watt raus. Was viele Geräte eben inzwischen auch als Stromquelle nehmen. Ich habe hier mal einen Laptop mitgebracht. Sie haben sich wahrscheinlich gewundert, warum das hier steht. Ganz einfach. Die neuesten Laptops, also von vielen Herstellern, nehmen USB als Stromquelle inzwischen. Und da kommen Sie mit einem normalen USB-Netzteil oder einer normalen Powerbank nicht weit. Das hat genug Strom, dass wir hier sogar einen Laptop mit Strom versorgen können. Und das in diesem kleinen Format. Hier auch wieder ganz einfach mitzunehmen. Ich finde das super. Mir ist das letztes Wochenende erst so gegangen. Das Wetter war ja wunderschön. Ich hoffe bei Ihnen auch. Ich wollte dann draußen arbeiten an meinem Laptop. Aber was war natürlich, ging der Laptop nicht, weil der leer war. Und da hatte ich keine Steckdose in der Nähe. Und hiermit hätte ich mir einfach behelfen können. Ja, weil du dich immer wieder selber mit Strom versorgen kannst über das Solarpanel. Wir haben auch noch einen sehr starken Scheinwerfer dabei. Das kann man hier anmachen. Dann leuchtet das noch. Sehen Sie das? Kann ich auch noch dimmen. Es ist wirklich sehr, sehr universell einsetzbar. Auch für den Campingbereich natürlich. Alarmlicht haben wir auch. Alarmlicht haben wir auch. Wenn wir bei Diana gucken, dieses Alarmlicht ist so blau und rot. Das heißt, das ist wie so eine Polizeisirene in Amerika. Die haben ja auch diese blau und roten Lichter. Da weiß also jeder, wenn sie das anmachen, dass sie in Gefahr sind und Hilfe brauchen. Ich finde die auch super eben, weil die so eine große Kapazität hat. Diese G-Ladefunktion ist sehr beeindruckend. Habe ich noch nie gesehen in der Powerbank. Und hier haben wir jetzt mal dieses rot-blaue Licht. Sehr beeindruckend. Und wie gesagt, sie haben genug Strom, um hier eben sogar ein Laptop damit zu betreiben. Mit 15 Watt. Das ist schon ganz ordentlich. Es erkennt sogar, was da gerade drin steckt und versorgt. Ihr Gerät ideal mit Strom, dass es also auch schneller geladen wird als mit allen anderen Powerbanks. Du hast auch ein iPhone, ne? Ja, natürlich. Und für mich ist das eine super Funktion. Du kannst zum Beispiel das Handy so mit dem Display runter machen. Dann lädst du und lädst du dein Powerbank. Die Sonne geht direkt ins Handy. Das ist genial, wirklich. Und wie hast du schon gesagt, mit Laptop, ja, viele jetzt arbeiten draußen. Super Wetter, endlich. Wir haben Sommer schon. Und jetzt, wir müssen das genießen. Also ein bisschen raus von dem Haus und natürlich arbeiten. Wir genießen das Leben mit unserem Powerbank. Ja, ganz fantastische Powerbank auch wieder hier. Nicht umsonst, das ist unser Platz Nummer 6, glaube ich, für Sie. Ein ganz tolles Produkt. Auch wieder zum TV-Sonderpreis für Sie. Schauen Sie mal, für unter 40 Euro kriegen Sie hier eine G-fähige Powerbank. Ja, mich hat die komplett überzeugt mit dieser G-Ladefunktion, weil man einfach nicht mehr an ein Ladekabel denken muss. Einfach praktisch das Handy drauflegen. Und die hat wirklich so viel Power. Und gleichzeitig noch mit diesem Solarpanel und natürlich auch noch dieser wahnsinnig hellen Taschenlampe. Ich würde schon eher sagen, Strahler auch mit der Funktion, dass es im Notfall auch hier quasi auf Sie aufmerksam macht mit dem roten und blauen Licht. Also ich finde das eine super Kombination. Ist auch wieder sehr robust natürlich. Also auch praktisch vielleicht einfach mal, um an den Rucksack zu hängen. für nur 39,89 Euro direkt zu bestellen. Oh ja, mit der ZX 31, 59 und der 569. Und wir haben auch schon Hype-Zeit hier in unserer Top 10. Jetzt kommt Ihr Platz Nummer 5. Und mit unserem Platz Nummer 5 können Sie selber aktiv werden. Sie können hier Ihren eigenen Strom einfach erkurbeln. Das ist mein Lieblings. Das ist Deine Lieblings-Powerbank, ne? Ich mag diese Sendung mit Euch, weil Ihr natürlich auch, Ihr benutzt Eure Handys ständig und Eure Laptops. Ihr wisst, worauf es ankommt bei Powerbanks. Eben, dass man Strom hat. Weil wenn so eine Powerbank keinen Strom hat, dann ist das wie ein Stück Ziegelstein. Absolut nutzlos. Schleppt man nur mit sich rum. Hiermit haben Sie immer Strom. Zeig mal, was man damit alles machen kann. Ja, also auf jeden Fall, wir haben Solarpaneele. Das finden wir schon schön. Aber das kann passieren, dass Sie brauchen Powerbanks nachts oder wenn schon Sonne nicht scheint. In diesem Fall, wir haben hier unseren Kübel. Das ist wirklich schön, Sie können Ihren Handy oder Ihren Powerbank einfach laden bei diesem Kübel. Mit dem Kurbel. Mit dem Kurbel. Entschuldigung, Kurbel natürlich. Ja. Guck mal, wie ich sehe das. Aber noch eine Funktion, was gefällt mir wirklich. Okay, Sie haben Powerbank nicht vergessen, Solarpaneele, wir haben geladen, alles gut. Aber bei mir zum Beispiel, das schon passiert, ich habe mein Kabel vergessen. Und dann egal, welche Powerbanks hast du, du kannst dein Handy oder Laptop nicht laden. Hier, wir haben vier verschiedene Kabeln. Zum Beispiel für iPhone, ich sehe, ein Typ C, ein, also für iPhone diesen Leiten. Ja. Micro USB und USB normales. Genau. Das ist genial. Unglaublich. Diese Powerbank, ich habe noch nie so etwas Innovatives gesehen. Solarpowerbanks hatten wir schon in den vorderen Platzierungen. Hier mit Kurbel, das ist neu. Kurbel. Ich kann mir hier selber den Strom erkurbeln, wenn die mal alle sein sollte. Das ist alles integriert ins Gehäuse, ganz elegant. Und die Kabel sind auch noch drin. Du zeigst sie ja gerade. Wollen wir mal das iPhone ranmachen? Ja. Wir haben das ja hier extra hingelegt. Wir machen mal das iPhone ran. Wir können noch Laptop. Hier, du kannst auch mein Handy nochmal ranmachen. Das hat USB-C. Aha. Du kannst hier, ich glaube, neun Geräte, fünf Geräte gleichzeitig. Zum Beispiel kann andere schon laden. Und du kannst die andere Powerbank lachen. Gucken, zum Beispiel. Na gut, wenn es sein muss. Ein, zwei, drei. Und hier, wir haben noch ein Kabel. Und hier, wir haben noch ein, zwei, drei, vier Stück. Ist unglaublich, oder? Genial. Das ist mein Lieblings-Powerbank. Alle Geräte werden gleichzeitig geladen. Und es passt zu meinen Nägeln. Und es passt zu deinen Nägeln. Ja. Auch ein großes Verkaufs-Augument. Das ist wichtig. Wenn Sie tatsächlich mal mit mehreren Leuten unterwegs sind, können alle Leute hier gleichzeitig ihre Geräte laden. Wenn Sie Kinder haben oder einen Partner, der sagt, ich konnte nicht anrufen, ich hatte keinen Strom mehr auf dem Handy und die Powerbank war auch alle. Mit der gibt es diese Entschuldigung nicht mehr. Das Kurbeln macht einen riesen Spaß. Einen Scheinwerfer haben wir sogar auch noch drin. Das Ganze hat eine Kapazität von 30.000 Milliampere Stunden. Quick Charge natürlich. Die Lampe hat 360 Lumen. Wie gesagt, unglaublich hell. Also ich weiß nicht, was diese Powerbank nicht kann. Die kann wirklich alles. Auch die Power Delivery hier. Über den Strom, für den Computer kann die ihnen liefern. Die hat, wie gesagt, bis zu 20 Watt Power Delivery. Es ist unglaublich. Das ist das Innovativste, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja, da hat einer wirklich richtig gut mitgedacht, weil wir hier das Solarpanel haben. Wir können den Strom selber erkurbeln, wenn es dunkel ist. Und eben noch die Ladekabel, die man meistens immer vergisst. Hier ist wirklich alles zusammen. Und das noch mit diesem riesen Scheinwerfer. Und mit dieser wahnsinnigen Kraft hier zum Aufladen. Also hier können Sie wirklich das Handy sehr, sehr oft aufladen. Das ist wirklich richtig clever. Gerade hat man ja auch immer so Termine zum Beispiel, auf dem Handy geht mir zumindest so. Ich wäre wirklich aufgeschmissen, wenn mein Handy nicht mehr gehen würde, weil ich damit einfach sehr viel arbeite. Das kennen Sie bestimmt. Man hat ja auch Tickets zum Beispiel in der Bahn drauf. Und stell dir mal vor, das Handy geht dann leer. Das ist das Problem. Wir leben ja mit dem Handy. Das ist ja ein kleiner Computer im Prinzip. Wir haben da so viele Sachen drauf, die wichtig sind. Bahntickets, Flugtickets. Und deswegen haben wir hier eben auf Ihren Wunsch nochmal die Powerbanks zusammengestellt, wo Sie eben alle sehen mit all Ihren Vorteilen. Viele Neukunden sind heute übrigens mit dabei und bestellen fleißig. Die Brigitte hat zugeschlagen. Brigitte, da haben Sie alles richtig gemacht. Sie werden immer Strom haben. Ja, und wenn Sie auch hier unseren Platz Nummer 5 direkt bestellen wollen, mit der ZX 7341 und der 569, haben Sie dann wirklich immer alles parat. Aber wir machen auch schon direkte weiter. Ich bin mir sicher, der nächste Platz ist auch was für Sie. Hier ist Ihr Platz Nummer 4. Ja, und wir verdoppeln jetzt hier mal die Leistung mit dem Platz Nummer 4. Denn hier haben wir 60.000 Milliampere Stunden. Ich habe es wirklich nicht geglaubt. Wir haben das das erste Mal, glaube ich, vor vier Wochen vorgestellt. Das ist eine Neuheit bei uns. Das ist eine Powerbank mit 60.000 Milliampere Stunden. So ein normales Handy braucht so 2000 Milliampere Stunden, hat das so an Kapazität. Wenn das alles ist, will ich es wieder laden. So, Sie können ein normales Handy hier 30 Mal wieder aufladen. 30 Mal. Du kannst damit in einem Vier-Wochen-Urlaub fahren. Boah, ist das cool. Ohne jemals ein Netzteil zu brauchen, ohne jemals eine Steckdose zu brauchen. So oft kannst du dein Handy hier wieder aufladen. Und es ist trotzdem so mobil. Hier sehen wir die ganzen Anschlüsse. Wir haben auch eine ganz genaue Anzeige drauf, wo nicht nur kleine Dioden drauf sind, wo eben 25, 50, 75 Prozent voll, sondern es steht hier richtig in Zahlen, wie viel Prozent da noch drin sind. Die Anschlüsse haben wir alle. Natürlich Power Delivery. Und hier reden wir von richtigem Strom, der hier rauskommt. 65 Watt. Das ist normalerweise, ist das so ein, ja, fast schon ein Notstromaggregat, kann man fast sagen. 65 Watt. Das ist ein, was weiß ich, was braucht 65 Watt? Ein Fernseher braucht 140 Watt. Da können Sie sich mal ungefähr vorstellen, wie viel Strom hier drin ist. Und das können Sie jetzt mitnehmen. Das ist immer noch kompakt. Das passt in eine Handtasche, oder? Ja, das stimmt. Also ich war heute schon draußen. Ich habe schon dieses Gerät heute benutzt. Ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Das ist so groß. Also viel Strom drin, aber das wiegt gar nichts, ja. Also auf jeden Fall, ich glaube, das ist auch mein neuer Favorit nach diesem Hard and True. Aber natürlich Kurbelfunktion mag ich auch. Aber hier, das ist wirklich Sicherheit, egal was passiert. Sie haben immer Strom, Sie haben immer Internet, Handy, Laptop oder Tablet. Auch zum Beispiel für Picknick oder Camping, Sie haben Musik, Lautsprecher, Sie können nutzen, Köpfe oder also bei mir, das ist immer, muss ein großer Powerbank mit dabei sein. Und ich glaube, dieser ist wirklich schön. Und dieser Licht auch, sehr, sehr helles Licht, ne? Gerade wenn man mal irgendwo hinfährt, sage ich mal, ob das jetzt eine Musikveranstaltung ist oder ein Kurzurlaub oder so. Wenn Sie das einmal geladen haben, sind Sie wirklich wochenlang Strom und Unabhängig. Alleine mit einem Handy, würde ich mal sagen, vier Wochen brauchen Sie sich um nichts zu kümmern und können Ihr Handy ganz normal benutzen. Sie können Videos machen, Sie können im Internet browsen, alles, was Sie normalerweise mit dem Handy machen, vier Wochen, wenn das einmal aufgeladen ist. Da braucht man kein Solarpanel, da braucht man keine Kurbel und hiermit hat man einfach Strom und zwar richtig viel Strom. Das ist also wirklich fantastisch, auch die Lampe, die da dran ist, natürlich für einen Campingurlaub. Sie können mal, wenn Sie zwei Wochen auf einen Campingplatz gehen oder so, da ist auch nicht immer Strom. Hiermit hat man immer Strom dabei. Die Lampe hier hat 500 Lumen, ist also auch sehr, sehr hell. Ist wie so eine Laterne, die man dann so vor sich her tragen kann. Ich bin wirklich begeistert davon. Es wiegt ein gutes Kilo, also es ist wirklich nicht so schwer wie so eine Flasche Wasser, würde ich mal sagen. Und damit hat man immer Strom. Und das hier zum TV-Sonderpreis von nur 113,99 Euro. Und wir haben hier eine Leistung von 60.000 mAh. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und das natürlich trotzdem immer noch richtig kompakt, super klein. Das ist echt leicht. Und ich finde auch diese Form super schick, ist sehr ansprechend. Auch noch mit dem Trageriemen, der auch nochmal eine super Farbe hat und auch richtig bequem ist. Also perfekt einfach für unterwegs. Und da ist es auch egal, ob vielleicht im Zug, im Urlaub oder beim Camping. Man braucht einfach wirklich immer Strom. Und hier haben sie dann wirklich sehr viel Strom. Ja, wenn du jetzt in Urlaub fährst, im Urlaub, das ist die typische Situation, wo man eine Powerbag dabei haben muss. Weil da gibt es natürlich viel zu sehen. Man will von allem Fotos machen. Aber es ist manchmal schwierig, eben Strom zu kriegen. Ich kenne das auch, weißt du, wenn du abends irgendwo unterwegs bist, da muss man immer den Wirt fragen. Ah, kann ich mal mein Handy laden? Hiermit können Sie Ihr Handy selber laden. Und zwar, wie gesagt, also alleine, wenn Sie ein Gerät alleine nur laden. Also direkt bestellen den Platz Nummer 4 mit der ZX 33, 92 und der 569. Und wir sind jetzt schon auf unserem Treppchen angekommen. Jetzt kommt Ihr Platz Nummer 3. Ja, und hier sehen wir auch schon unseren Platz Nummer 3. Finde ich auch wieder eine richtig coole Powerbank. Aber wir haben hier noch eine weitere Funktion, die ich auch sehr praktisch finde. Ja, es ist eine Powerbank mit 18.000 mAh. Das heißt, ein normales Handy können Sie da neunmal wieder aufladen, würde ich sagen. Auch natürlich wieder mit USB-C, mit Power Delivery. Da ist alles dran, Schnellladefunktion und so weiter. Und Diana zeigt schon die Funktion, auf die es hier ankommt. Eine Lieblingsfunktion. Das ist wirklich eine Lieblingsfunktion. Das ist jetzt kein Ladekabel, das Sie es im Auto auch laden können. Das ist tatsächlich etwas, womit Sie Ihr Auto wieder anschmeißen können. Wenn die Batterie alle ist. Und das in Form einer ganz normalen kleinen Powerbank. Das ist Fortschritt, das ist innovativ. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das gehört in jedes Handschuhfach. Vielleicht, wenn Sie Fahranfänger haben, die jetzt mit dem ersten Auto unterwegs sind. Wenn Sie Kinder haben, die mit dem Auto fahren und wo Sie sich Sorgen machen. Das ist ja nun die Hauptpannenursache Nummer 1 hier. Wenn die Batterie alle ist. Das ist dir auch schon passiert, ne? Ja, übrigens, das war in Bremen. Ja, ja, ja. Und ich habe auch diese Krokodil-Klemen gekauft. Und ich sollte jemanden fragen. Hier, ich muss gar nichts von meinem Auto rausgehen, ja? Ich kann das alles einfach in meinem Auto machen. Das, ich glaube, braucht man 15 Minuten, oder? Ja, nicht ganz. Also, wie du es dann machst, ist im Prinzip, du bleibst im Auto sitzen. Ja. Auch ein ganz, ganz großer Vorteil. Ja. Im Winter, das ist einfach ein Traum. Im Winter. Also, weißt du, wenn es regnet oder du bist in einer komischen Gegend, wo du dich so wohlfühlst. Ja. Wenn du in einem Auto sitzen und dann steckst du das ganz einfach in deinen 12-Volt-Anschluss und dann wird es innerhalb von Minuten, also nicht sofort, Sie müssen ein paar Minuten warten, bis genug Strom dann auf der Autobatterie ist, können Sie Ihr Auto wieder starten, ohne aus dem Auto rauszugehen, ohne jemanden um Hilfe fragen zu müssen, einfach von drinnen vom Fahrersitz aus. Und der Platz, den das hier wegnimmt, ist ja wirklich wie eine normale Powerbank. Es ist also wirklich gar nichts im Prinzip. Und das kann man eben auch mal in der Handtasche haben, im Handschuhfach, unter dem Sitz. Da habe ich ja ein Display, oder? Wir haben sogar ein Display im Gehäuse. Das hast du ganz richtig gesehen da. Ganz elegant so von hinten beleuchtet. Also wirklich, da kommt jeder mit klar und Sie können hier tatsächlich Autos wieder aufladen, damit Sie weiterfahren können. Dir ist auch schon mal das Auto nicht angesprungen, ne? Ist mir auch schon passiert. Nee, hier Gott sei Dank nicht. Das war unsere andere Kollegin. Aber wenn das passiert, muss man meistens immer irgendwo hin, gegen mir zumindest so. Ich hatte dann auch noch einen Termin. Ja, und dann steht man da. Man kann sich nicht helfen. Aber hier mit unserem Platz Nummer drei können Sie sich helfen. Und das Beste ist, auch gerade für uns Frauen oder vielleicht auch für uns, wenn man ein bisschen jünger ist oder sich nicht so gut verteidigen kann. Man muss einfach nicht mehr aufstehen. Man kann einfach sitzen bleiben im Auto. Und gerade so, wenn es dunkel ist, vielleicht dann auch noch so ein Waldstück. Also es ist einfach die Sicherheit, kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen. Und hier diese Powerbank dann einfach anschließen. Dann wartet man kurz. Dann checkt man vielleicht noch mal kurz seine E-Mails ab. Und dann kann man auch sich zu Hause noch mal melden, was ich auch von Vorteil finde. Und dann braucht man wirklich nicht aussteigen. Finde ich super. Also Sie können Ihr Handy wieder aufladen und Ihr Auto wieder aufladen. Das sind schon mal zwei tolle Sachen, die Sie damit machen können. Was Sie auch dazu bekommen, ist auch interessant für viele Leute, sind diese ganzen Anschlüsse für Laptops. Die sind gratis mit dabei. Das heißt, Sie können damit sogar Ihr Laptop speisen direkt. Wir haben hier Anschlüsse für alle Markenhersteller. Compact, Compact sage ich schon, die gibt es ja nicht mehr. Dell, HP, Lenovo. Da ist wirklich alles dabei hier bei diesen Anschlüssen. Das ist noch eine weitere Funktion. Aber die Hauptfunktion, finde ich, die hilft Ihnen bei der Pannenursache Nummer eins, dass Sie sicher im Auto sitzen bleiben können und sich ganz einfach selber helfen können, ohne dass Sie jemanden um Hilfe fragen müssen. Ja, und das hier zum wahnsinnig guten TV-Sonderpreis von nur 113,99 Euro sind. Also unseren Platz Nummer drei kann ich wirklich jedem empfehlen. Die nimmt ja wirklich keinen Platz weg, die Powerbank. Aber sie ist so clever und so durchdacht. Sie bekommen ja auch noch diese ganzen Adapter zum Anschließen. Und natürlich können Sie dann Ihre Autobatterie wieder hier ganz praktisch starten, indem Sie einfach sitzen bleiben und nicht rausgehen müssen. Super Sache auf jeden Fall. Mit der ZX-3163 und der 569 können Sie gerne unseren Platz Nummer drei bestellen. Und wir schauen uns auch schon das nächste an. Da haben wir sogar noch einen richtig, richtig guten Preis für Sie. Hier ist Ihr Platz Nummer zwei. Ja, und bei Platz Nummer zwei haben wir hier einen Joker-Preis. Hier müssen Sie auf jeden Fall schnell sein, denn es dreht sich hier um unseren Stromspeicher, den wir für Sie haben. Es ist ein Stromspeicher, es ist eine Solarzelle als Paket. Das heißt, Sie haben hier eine komplette Photovoltaikanlage, mit der Sie eben deutlich mehr als Ihr Handy aufladen können. Dieses, wir haben das da hinten mal aufgebaut, das ist die Kombination, die Sie bekommen. Das ist das Solarpanel, das Ihnen 240 Watt Strom liefert und tatsächlich der Stromspeicher, den Sie ganz einfach anschließen. Das ist eine Steckverbindung. Ein fünf Meter langes Kabel geht von dem Solarpanel. Das stecken Sie dann in den Stromspeicher. Und schauen Sie mal die ganzen Anschlüsse an, die wir da dran haben. Wir haben zwei 230 Volt Steckdosen, natürlich sämtliche USB, 12 Volt. Ich weiß nicht, was man hier nicht anschließen kann. Und da sind wir jetzt eben deutlich über den Bereich eines Handys gegangen. Wir können hier richtig 230 Volt Geräte anschließen mit einem Schuko-Stecker. Und das mit einer Leistung bis zu 2200 Watt. Der Strom, den ich hier rausziehe, kostet mich nichts, weil das ist Solarstrom. Ich kann es gleichzeitig laden und benutzen. Wollen wir mal eben rübergehen? Ja, gerne. Wenn Sie das mal sehen können, in Aktion, wir gehen hier hin. Das ist das, was Sie bekommen, diese beiden Sachen zusammen. Und das ist jetzt ein unglaublicher Preis, den wir Ihnen hier anbieten. Stromspeicher bedeutet, das ist eine Steckdose zum Mitnehmen, zum Hinstellen. Da können Sie anschließen, was Sie wollen, bis zu 2200 Watt. Und was Sie hier anschließen, kostet Sie nichts an Strom. Wir haben hier einen Preis für Sie. Das ist nicht nur auf unseren missgewachsen. Natürlich haben wir einen TV-Sonderpreis. Aber Sie haben die Möglichkeit, dieses Gerät hier mit 0% Mehrwertsteuer zu bestellen. Und das ist eine Neuheit dieses Jahr. Das ist das Bundessteuergesetz 2022, was am 1. Januar 2023 in Betrieb ging. Nun, schauen Sie mal, wie wir das hier gemacht haben bei uns im Zuspieler. Wir haben uns eine Steckdose gebaut in eine Garage. Da war vorher kein Strom. Jetzt haben wir da Strom mit dem Solarpanel, was wir ganz einfach da reingesteckt haben. Wenn Sie in so einen Raum einfach Strom reinlegen lassen würden, müssten Sie einen Elektriker beauftragen. Der muss Wände aufstemmen, Kabel legen. Der muss an Ihren Sicherungskasten. Das kostet ein Schweinegeld. Und das hier zahlen Sie einmal hier zu unserem TV-Sonderpreis. Jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die 0 und die 19% Mehrwertsteuervarianten ein. Das richtet sich danach, wo Sie das benutzen wollen. Ja, und hier sehen wir es jetzt mal. Die 19% Mehrwertsteuer tritt dann in Kraft, wenn Sie es mobil einsetzen wollen, an Gewerbegebäuden oder gewerblich genutzten Objekten, im Campingbereich oder auch im Bootsbereich, im Schrebergarten oder auch im Einsatz im Ausland. Dann bleibt hier alles bei der 19% Mehrwertsteuervariante. Aber jetzt haben wir hier noch die 0% Mehrwertsteuervariante. Und die kann jetzt wirklich sehr interessant sein. Denn da bekommen Sie nochmal einen richtig guten Preis. Wenn Sie es privat einsetzen, also am privaten Wohngebäude oder auch an angrenzenden Objekten, zum Beispiel der Fertiggarage oder auch dem Carport und die Gesamtleistung aller vorhandenen Anlagen, die 30 KWP nicht übersteigt, dann profitieren Sie noch vom Jahressteuergesetz und können hier die 0% Mehrwertsteuervariante absahnen. Und da haben wir wirklich einen richtig guten Preis. Wir haben nämlich hier für unser Komplettpaket mit Stromspeicher und Solarpanel den Preis, den wir bei Pearl.de gerade sehen. Und dort haben wir den Stromspeicher nämlich nur einzeln. Also Sie bekommen hier quasi das Solarpanel geschenkt. Mit der MW1003 und der 569 wäre das einmal die Bestellnummer mit der 0% Mehrwertsteuervariante. Und dann sind wir hier bei 1.680,66 Euro für die Kombination. Ja, es ist unglaublich. Das Ganze kommt frei Haus zu Ihnen. Sie können Ihren eigenen Strom erzeugen. Ich habe jetzt eine Steckdose, wo ich vorher keine Steckdose hatte. Ich habe Strom, auf den ich mich verlassen kann. Im Fall eines Stromausfalls habe ich Strom. Ist ja ganz egal, was um mich herum passiert. Den Stromspeicher habe ich, der füllt sich immer wieder selber mit dem Tageslicht, mit der Kraft der Sonne. Ich kann hier tagelang, monatelang mich selber mit Strom versorgen. Großer, großer Vorteil, Sie kriegen den TV-Sonderpreis bei der 0% Mehrwertsteuervariante. Wenn Sie die 19% Mehrwertsteuervariante nehmen, können Sie diese Steckdose mitnehmen in den Campingurlaub. Sie können diese Steckdose. Das ist keine Powerbank mehr, das ist ein Powerpack, ein Strompaket, kann man ja gar nicht anders sagen. Eine mobile Solaranlage. Sie können jetzt beim Camping alles benutzen, was Sie zu Hause gerne benutzen. Ob das hier die Kühlbox ist, ob das die Stereoanlage, ob das der Laptop ist. Mein Gott, Sie können, wenn Sie wollen, Fernseher mitnehmen und samstags nachmittags die Sportschau gucken. Das ist doch unglaublich, Diana, oder? Ja, das stimmt. Du campst normalerweise nicht gerne, oder? Nein, ich bin gar kein Fan von Camping, weil ich liebe diesen bisschen Komfort, diese Qualität des Lebens. Qualität des Lebens. Ja, das haben wir alles hier. Und natürlich hier, wenn wir haben schon ein bisschen Strom, ein bisschen Licht, ein bisschen kann ich mein Handy laden. Ich kann zum Beispiel auch was kochen. Natürlich bin ich immer dabei, aber hier, Sie können auch das zum Beispiel zu Hause nutzen. Wie meine Eltern in den Garten zum Beispiel oder in der Garage. Überall, diese Geräte, Sie nutzen jeden Tag. Viele denken, ja, wie viele Mal gehe ich im Camping? Ja, aber das ist für jeden Tag, dieses Gerät. Ja, und hier jetzt für Sie gerade eingeblendet, die zwei Bestellnummern, entweder mit der 19% Mehrwertsteuervariante, was natürlich auch richtig clever ist, wenn man es zum Beispiel im Schrebergarten oder auch im Campingbereich einsetzen möchte. Dann wäre das einmal die ZX3216 und die 569 oder eben halt privat zu Hause angebracht und fest installiert, wäre das die 0% Mehrwertsteuervariante. In dem Fall wäre das die Bestellnummer, die MWC03 und die 569. Und ich muss das nochmal sagen, Sie bekommen hier mit der 0% Mehrwertsteuer den Preis mit dem Solarpanel dazu. Also quasi geschenkt. Also es ist wirklich klasse und wir machen auch schon direkt weiter mit dem nächsten Platz. Hier ist Ihr Platz Nummer 1. Und hier ist auch schon Ihr Platz Nummer 1. Da muss man eigentlich sich vor verneigen, weil wir haben hier unser leistungsstärkstes Powerpack, auch wieder in Kombination mit dem Solarpanel, sehen Sie direkt hier neben mir. Und Ingo, das ist doch wirklich der Wahnsinn. Ja, wir müssen uns wirklich verneigen davor. Wollen wir mal eben rüber gehen? Dann zeige ich Ihnen eben auch mal hier die ganzen Vorteile. Hier ist wieder die Kombination aus dem Powerpack, aus der riesengroßen Powerbank, sagen wir mal hier, weil wir in der Powerbank-Sendung sind, wo Sie hier aber jetzt Leistung rauskriegen bis zu 3600 Watt. 3600 Watt, das ist die Leistung, die ein Stromkreis bei Ihnen zu Hause hat. Sie haben hier einen mobilen Stromkreis zum Mitnehmen. Wunderschön. Und hier können wir aus diesen 5 230 Volt Steckdosen tatsächlich einen Stromkreis, einen kompletten Stromkreis erzeugen mit Solar Power. Das ist wieder eine komplette Solaranlage, die Sie einfach nur zusammenstecken können. Auch hier gilt wieder, dass Sie hier auch wieder die 0% und die 19% Mehrwertsteuer wählen können. Die müssen Sie da nach Einsatzgebiet natürlich wählen. Es gibt so viele Anwendungsgebiete dafür im Campingbereich. Stellen Sie sich mal vor, so ein Stromkreis zu Hause, Diana, ist, sagen wir mal, ein Wohnzimmer und ein Esszimmer, vielleicht eine Küche. Alles, was Sie da anschließen, können Sie plötzlich mobil benutzen. Alles. Und zwar gleichzeitig. Eine Mikrowelle und einen Haartrockner und einen Staubsauger zum Beispiel. Egal. Sie können hier alles anschließen, was in einem normalen Stromkreis bei Ihnen zu Hause ist. Das ist das gute Stück. Klein und kompakt für die Größe, die er macht. Aber er ist trotzdem super einfach zu transportieren durch diese Trolley-Funktion. Ist das nicht genial? Sieht so wie dein Koffer zu deinem Urlaub, Monika. Ja, ich glaube, dein Koffer ist er. Sieht so ähnlich aus wie dein Koffer, oder? Ja, ich finde das super praktisch, dass man hier diese Trolley-Funktion hat. Sie sehen es jetzt gerade. Diana macht das hier auf High Heels und das geht wirklich kinderleicht. Ist natürlich auch super praktisch, vielleicht einfach mal mitzunehmen. Das wäre ja dann hier die Variante mit den 19% Mehrwertsteuer. Aber auch das ist natürlich super clever, weil hier haben Sie fünf Steckdosen in einem Gerät. Wahnsinn! Die Leistung ist möglich, weil wir hier modernste Akkutechnologie drin haben. Das können Sie 3000 Mal wieder aufladen, ohne Kapazitätsverlust. Moni, dein Handy, als du es neu gekriegt hast, hat wie lange gehalten? Ja, den ganzen Tag und mittlerweile hält das jetzt nur noch so ein paar Stünftchen. Das kennen wir alle von unseren Handys, von unseren Laptops. Hier haben wir tatsächlich diese Lithium-Eisenphosphat-Technologie drin. Das heißt, wir haben Strom, der erstmal auf sehr, sehr kompaktem Raum unglaublich viel Leistung bringt. Wir sind sicherer, wir sind langlebiger unterwegs und wir können das 3000 Mal aufladen, ohne Kapazitätsverlust. Überlegen Sie mal, wenn Sie das bei sich zu Hause anbauen, in einem Raum, der vorher keinen Strom hatte, können Sie hier sich komplett mit Strom versorgen. Komplett! Und zwar umsonst. Das ist eine Solaranlage, die Ihnen diesen Strom liefert. Jeder redet von Solar im Moment. Sie können das im Garten gut gebrauchen. Wenn Sie vielleicht eine Teichpumpe, wenn Sie vielleicht Außenbeleuchtung installieren wollen. Das braucht alles Strom. Machen Sie das mit so einem Powerpack, hier ganz einfach anzubringen, ans Gartenhaus, aufs Dach. Und dann können Sie tatsächlich die 0% Mehrwertsteuer-Variante wählen. Sie haben hier einen kompletten Stromkreis. Diana, du könntest dein Wohnzimmer und dein Esszimmer komplett mit diesem Powerpack mit Strom versorgen. Und der Strom würde dich keinen Cent kosten. Ja, und zum Beispiel auch die Klimaanlage jetzt. Klimaanlage, natürlich. Normalerweise immer, ich mache meine Klimaanlage an für 15 Minuten, dann fühle ich mich schon schlecht, weil ich denke, oh, so viel Geld hier ausgebe ich jetzt, weil das ist wirklich 2, 3.000 Watt hier. Sie können das vergessen, dass die Klimaanlage den ganzen Tag laufen kann, weil Sie zahlen nicht mehr. Also für mich, das ist wirklich ein Traum, was haben wir hier für so viele Geräte, wie hast du schon gesagt, für die Küche, für das Wohnzimmer. In der Küche, ich kann meine Mikrowelle, meine Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, alles drin und dran. Dann im Wohnzimmer zum Beispiel, Spielkonsole, meine Computer, meine Laptops, mein Fernseher, alles, Massagesessel, vielleicht hat jemand, das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Also das ist wirklich schön und das alles, Sie müssen nicht mehr bezahlen. Das ist ja, wir haben einerseits ein schlechtes Gewissen, weil wir viel Strom verbrauchen, ein schlechtes Gewissen, weil das kostet natürlich richtig Geld und zum anderen haben wir ein schlechtes Gewissen, weil wir immer mehr Strom brauchen, man soll Strom sparen und so weiter. Ist ja auch richtig, mit dem brauchen Sie keinen Strom mehr zu sparen, weil der Strom ist absolut grün, klimaneutral, CO2-frei, steht er Ihnen zur Verfügung hier, 3.600 Watt. Entweder fest installiert bei Ihnen zu Hause für 0% oder mobil, vielleicht haben Sie auch einen Schrebergarten. Schrebergarten gibt es oft, dass wir keinen Strom haben in Schrebergarten und dann kochen wir auf Campingkochern. Wir machen Stereoanlagen mit Batterie, die wir alle zwei Stunden wechseln müssen. Wir haben abends Licht, auch nur Batterie, das sind meistens nur so Funzeln. Holen Sie sich einen kompletten Stromkreis in Ihren Schrebergarten. Einfacher geht es nicht, als mit unserem neuesten, größten und stärksten Powerpack. Solar will jeder haben im Moment. Das ist eine komplette Solaranlage, die sich selber rechnet, wenn Sie die benutzen hier. Jedes Watt, was Sie hier rausziehen, kostet Sie keinen Cent. Die kostet Sie nicht 40 Cent, wie bei Ihrem Energieversorger oder welchen Preis Sie auch immer haben. 40 Cent ist im Moment die Energiepreisbremse. Hiermit ist man absolut auf der sicheren Seite. Ja, und das ist hier unser Platz Nummer 1 in unserer Top-10-Show von unseren Powerbanks. Und das ist wirklich unser Leistungspaket hier, inklusive dem Solarpanel. Jetzt sehen Sie auch gerade eingeblendet die zwei Bestellnummern. Entweder mit der 19% Mehrwertsteuervariante wäre das die ZX34, 07 und die 569. Oder mit der 0% Mehrwertsteuervariante wäre das einmal die MW1113 und die 569. Kommt natürlich auch versandkostenfrei bis vor Ihre Haustür geliefert. Und das ist jetzt wirklich clever. Ich meine, momentan ist ja auch die perfekte Jahreszeit. Und diese Anlage haben Sie auch ganz schnell wieder raus. Also die rentiert sich auf jeden Fall. Nutzen Sie jetzt hier diese Möglichkeit und diese Chance, weil damit sind Sie abgesichert. Und Sie haben einfach immer und überall eine Steckdose und Strom, beziehungsweise hier sogar fünf Steckdosen. Also am besten direkt jetzt zum Hörer greifen und bestellen. Vergessen Sie die 569 nicht, damit sichern Sie sich immer den TV-Sonderpreis. Und dann wünschen wir ganz viel Freude. So.